Unsere Demokratie stirbt. Seit Monaten werden begründet mit einer herbeigetesteten Pandemie unsere Freiheitsrechte eingeschränkt, unsere Grundrechte ausgehebelt, der Wirtschaft massiv Schaden zugefügt. Unsere Kinder werden in den Kindergärten und Schulen gequält. Alles das ist seit Monaten Realität in unserem Land und jetzt soll das sogenannte Infektionsschutzgesetz nochmal verschärft werden. In einem Parforce-Ritt durch das Gesetzgebungsverfahren in einer Nacht- und Nebelaktion soll jetzt der Föderalismus ausgehebelt werden, der laut Grundgesetz mit einer Ewigkeitsgarantie versehen ist. Dieses Gesetz ist völlig unverhältnismäßig. Es gefährdet, wie ich schon darlegte, die föderale Ordnung, die Grundstruktur unseres demokratischen Gemeinwesens. Es gibt die alte Einsicht. Wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf. Und ich habe die Befürchtung, dass wir bald ein böses Erwachen erleben.